Was gibt's denn so zu lachen, ähm, an die Jahn? Ach, weißt du, Oritz, ich bin reich, mein Onkel hat mir ein Erbe hinterlassen, hahaha, es tut das gut. Was ist denn los mit dir, Oritz, und was passiert mit mir, hm, hm, oh, ich mache dich zu meinem Butler. Mich? Oh, das ist aber eine Ehre, hm, hm, komm jetzt los. Oh, das ist aber eine Ehre, hm, komm jetzt los. Ja, das tut so gut. Oh, das ist mein Meister, schnell zur Tür rennen. Als reicher Mann muss man sich doch schick leiden, haha, oh, er kommt. Mich schnell hinter den Ginsterbüschen verstecken, damit er mich nicht sehen kann, hehe. Hallo, Andian, äh, Andian, wo steckst du? Hallo, Andian. Das ist doch nicht zum Glauben. Andian, kch, hey, was war das, er hat mich ausgeschlossen. Mach die Tür sofort wieder auf und ich bin nicht länger dein Butler. Was sollte denn das Andian? Hahaha, ich wollte nur mal einen kleinen Spaß machen. Häng bitte meinen Zylinder auf in der Garderobe. Hm, aber natürlich doch, Meister. Ihr passt wie angegossen. Ey, Moment mal, halt, 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 Oritz, was machst du denn da? Ich bring sie zu Bett, Meister. Ich will nicht ins Bett gehen, ich will spielen. Oh, nein. Hahaha, das Leben als solcher Mann ist so wunderschön, hahaha. Andian, ich... Das heißt Meister Andian. Na gut, Meister, Herr Andian, ich muss mit Ihnen reden. Um was gibt's, um was geht's denn, Oritz? Hier, meine Kündigung. Warte, ich lese sie mal einmal durch. Hahaha, was gibt's denn da zu lachen? Hahaha, was haben die denn da mit meiner Kündigung gemacht? Sie ist nicht mehr gültig. Schau sie an, sie sind nur noch kleine Schnipsel. Aber Andian, äh, äh, mein Herr Meister Andian, das geht so nicht. Doch, weil ich dich nicht lassen werde. Ahhhh. Äh, die... Warum werden sie mich nicht lassen? Weil das nicht geht. Andian hat mir mein Handy gestohlen. Ich hab keinen Telefonanschluss. Ah, da drüben ist ja eine Telefonzelle. Dann rufe ich gleich mal einen meiner Freunde an. Genauer gesagt, meine Halbfreunde. So, wie viel Geld sind denn jetzt... äh, wie viel Fragezeichen sind denn jetzt ausreichend? Minimum zwei. Okay, werfe ich ein. Das hier sind zwei Fragezeichen. Natürlich in Münzen, haha. Piep. 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 Hallo? Ja, hallo Edgar, ich bin's. Ach so, du bist es. Oh, Ritz, ja, was gibt's denn? Bla 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 bla. War's so schlimm? Du wurdest zu Andi an seinem Butler? Ja, aber er hat geerbt. Na gut. Irgendwie soll ich dir helfen? Hm, du könntest dich doch als Butler verkleiden, oder Spuschlakume. Ich frag mal, ob er's macht. Danke, tschüss. Tschüss. Gut, so. So, ich hoffe, es wurden alle informiert, oder? Ich hab ja schließlich alle informiert, ja? Spuschlakume? Anwesend. Guy? Ja. Bob? Ja. Karl? Ja. Und Lachendanz? Ja. Gut, dann sind wir ja wohl alle vollzählig. Doch, ey, wo ist Tom? Ja, ja, ich komm ja schon. Wer kann das bloß sein, mitten in der Nacht? Hallo? Du, Tom, komm sofort hierher. Ach so, stimmt. Oh, Entschuldigung, hab ich total verplant. Ich komm sofort. Wo bleibt er denn bloß? Ach, da hinten kommt er ja. Hä? 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 Sorry für die Verspätung. Passt schon. Hi, Oritz. Hoi! Pssst! Nicht so laut. Jetzt verkleidet sich jemand als Oritz. Und dann haben wir die Sache. Gut, dann kann ja ich gehen. Ja, geh ruhig. Wieso? Spuschlakume. Was wieso? Wieso hast du ihn einfach so weggeschickt? Wir brauchen doch ihn. Nein? Nicht so dringend. Ja, aber wo bringen wir denn in dieser Eile eine Verkleidung her? Das ist doch furchtbar einfach. Ich hab eine Oritz-Maske geschnitzt. Du weißt ja, wie gut ich im Nähen bin. Ach so, ja stimmt. Wer zieht sie auf? Probiert sie mal jeder an. Ne, also erstens ist das langweilig, zweitens passt das nicht. Viel zu aufreizend. Das ist mir viel zu, ähm, äh, ähm, 60er. Also bitte. Ah, mir passt sie gar nicht mal. Die Maske hier, so drückt ja meine Brille. Bäh. Ah, du siehst lustig aus, Tom. Sei ruhig. Hey, guck doch mal lachende Hans an. Der sieht doch gut aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Den nehmen wir. Ja, gute Idee. Na, wo steckt der denn heute bloß? Ach, da kommt er ja. Ach, du bist es, Andian. Äh, sag mal. Andian? Hast du eine, hast du eine Diät gemacht? Nein, oh, das, äh, wie heißt du doch mal? Ach so, ähm, kleinen Augenblick mal, ja? Denk nach, denk nach, denk nach. Ach, jetzt weiß ich wieder seine Stimme. Ja, ähm, Meister Andian, alles ist ganz gut. Okay, jetzt will ich auch mal hoffen. Tja, ja, ähm, äh, wie heißt du nochmal? Ach so, ja, stimmt, Oritz. Tja, ja, Oritz. Ja, was gibt's denn, Andian, äh, Meister Andian? Tja, ja, ähm, geh zu Bett, wenn du willst. Gut so. Hä? Du, ähm, äh, ich vergass dir zu sagen. Was hast du denn vergessen? Ähm, du musst zu ihm Meister Herr Andian sagen. Ach so. Oh, geh schnell weg. Hä? Hast du etwas zu verbergen, Oritz? Nein, Meister Andian, äh, Meister Herr Andian nicht. Da war doch grad eben noch ein zweiter Oritz, der sehr so aussah wie vorhin. Ohne Diät. Ach so, ähm, tschüssi. Halt, du bleibst da. Halt, du bleibst da. Halt, du bleibst da. Du bist gar nicht mal Oritz. Du kleiner Frechdachslümmel, wenn ich dich in die Finger kriege. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Halt, halt, ein großer Andian. Ach so, was ist denn jetzt los, hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, ja, weißt du, wir haben das nicht absichtlich gemacht, um dich zu ärgern. Wir wollten einfach nur, dass, ähm, Oritz frei ist. Er ist jetzt zu Hause übrigens. In seinem alten Heim. Also in seinem alten Zuhause. Ja, äh, na gut, dann ist er ab sofort gekündigt, wenn er nicht mehr will. Gut so. Juffo. War das gerade Oritz? Mag sein, Andian. Mag sein. Mag sein. Ja, bitte. Igitt. Gib mal die Hälfte. Aber die Hälfte. Fertig. Astag, der ganze Zeit ist mir nicht mehr,